Was geht ab Leute, neue Leute Games hier und willkommen zurück zu Battlefield 5. Wir machen weiter, unter keiner Flagge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ja. Ich habe ein kleines Problem für dich. Ich habe eine Unordnung. Du wirst du lieben es. Es ist direkt auf deine Straße. Das ist dein Kind. Und es muss besser sein, als in dir zu sein. Ich werde dir gut. Was ist ein Unordnung? Sag mir, Bridger. Du möchtest den Meer? Du möchtest den Meer? Teams are two, move! Oh, shit! Brich, ich schreie meine Arten über hier, und du bist einfach weggegangen. Brich, schreie dich auf. Komm schon, da ist ein schönes Löffel-Ice-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Das gleiche würd ich, glaub ich, auch machen. Bin mir sogar ziemlich sicher. Ich find das so witzig, das Spiel ist so gefühlvoll, so... Einfach, sieht genial aus, weil so viel Witz, das ist Wahnsinn. Lange nicht mehr so was Gutes gespielt, beziehungsweise ist es so ein guter Shooter. Wahnsinn, wenn er sich einfach so ein Team zusammengesucht hat. Ich denk sogar, dass es wahr war. Also, dass es wirklich das gegeben hat. Alles ist verdammt nochmal möglich. Ich weiß, dass viele Sachen in Battlefield 5 nicht der Wahrheit entsprechen. Ich hab von Uniform gehört und so, dass es da nicht passt. Aber hey. Das Spiel ist witzig. Macht Spaß. The end of the planes were meant to blow up. Ja, ja, das ist alles gut. Okay, watch your head hier. Last thing I need is you bleeding all over the place. Da wird uns keiner helfen. Ich glaube, wir würden da sogar elendig verreckend dran. Folge Mason. Ist das ein Zufall, dass der Mason da ist? Ich glaube, ich würde dir jetzt grüßen. Das ist wahrscheinlich nur scheiße. Oh, das ist aber empfindlich. Das ist aber empfindlich. Kein Ding. Mir will er mich immer noch nicht gehen lassen. Da können wir uns sogar neue Waffen holen. Was haben wir denn noch hier zu sehen? See some barrels over there. Ja. Und ich will nicht zu nahe, wenn es sich interessiert wird. Okay. 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 Auf geht's. Das ist wirklich gut vertont. Ich werde hier sowieso gleich alles umballern. Was haben wir denn da Leckeres? Was haben wir überhaupt? Eine Pistole. Erstmal ersetzen. Das Ding ist ein bisschen laut. Wie so eine Bombenaktion. Ja, vielleicht können wir uns erstmal ein bisschen schleichend vorbewegen. Das Grauen kommt gern von hinten. Das Ding ist mir lieber. Oh, wenig Schuss, verdammt. Muss ich glaube ich doch das andere Ding nehmen. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel wir drin haben. Genauso wenig. Alles klar. So sollte es gehen. So sollte es tatsächlich gehen. Ich bin in gesicherten Hangar. Ich guck mal, wie ich hier überhaupt richtig schön durchkomme. Und den hatte ich nicht markiert. Mein Gott, die Waffen-Sounds. Das Gefühl ist irre. Oh mein Gott, das Ding ist ja nutzlos auf Distanz. Soll auch nicht wirklich viel los. Okay, hätten wir direkt ballern können. Was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Modell 8. Mehr Munition, mehr nicht. Leg dich bloß nicht auf die Nase. Oh Gott, habe ich jetzt wirklich eine Granate geworfen? Na, ich habe einen Stein geworfen. What the hell, ey? Ich dachte schon. Komme ich da vielleicht außen rum? Sammeln Objektbereich. Ich baue leider gerne eine Granate rein. Oder können einfach aufs Fass schießen. Das tut es nämlich auch schon. Puh. Aber merken die nicht, dass die angegriffen werden? Dann müssen normalerweise Alarm aufholen. Das ist nur eine ganze Basis. Scheiße, die ballern einfach. Oh, ne, leckeres. Das ist genial. Nehme ich direkt mit. Keiner da. Das ist natürlich nicht gut bewacht. Der macht mal hier kurz Pause. Geiles Bild. Mit so viel Licht. Weiter. Ich könnte schwören, die rechte Seite hätten wir nehmen sollen. Aber, oh, der war. Oh. Ich bin da. Und die machen irgendwelche Drills. Das ist der Zugang. Ich muss nicht alle kaputt ballern. Das ist nicht nötig. Der legt sich sogar hin vor uns. Oh mein Gott. Ich konnte nicht Nahkampf aktivieren. Wieso? Er ist erschrocken, dass ich hinter dem stand. Kugeln steckt der denn weg? Das ist ein Dork. Draug auf die Schweine. Plöken. Ich soll doch hier rein. What the hell? Sniper ist, glaube ich, hier mein bester Freund. Sogar Schall gedämpft. Ich den treffe, ey. Und der einfach nicht umkippt. What the hell? Oh, nee. Sklau. Das überlebe ich nicht. What? Klammwerfer, Raketen. Alles klar. Konnte ich denn das jetzt überleben? Hab ich das gewusst, hätte ich mich da reingeschlichen. Nehmen wir viel Munizieren. Aber der Flammfuzzi muss drauf gehen. Geht nicht drauf. Nö. Fuck. Was, ey? Das war's. Ich hätte die ganze Basis nicht aufschrecken müssen. Wow, von allen Seiten. Das ist irgendwie eine total dämliche Waffe. Aber was anderes. Fuck. Das ist auch noch. Dann sitzen wir eine Scheiße. Ich hab grad nicht das Gefühl, dass wir eine Ein-Mann-Armee sind wie in Call of Duty. Das Gefühl ist irgendwie anders. Wow. Heilung ist irgendwie auch nicht. Oh mein Gott. Wir sind erledigt. Mann, die legen hier keine besseren Waffen rum. Einfach mal aufpitzeln. Die wissen auch immer, wo ich bin. Ja, helf ihnen ruhig. Das könnte ich packen. Das könnte ich packen. Ich hab nicht mehr viel Munition. Mann, wir sind alle verdammten Eingänge geschlossen. Aber hier ist nochmal eine Waffe. Mir ist egal. Nimm, 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 nimm. Auch dicht. What? Da. Da kann ich rein. Wenn ich von Anfang an machen soll. Ich hätt mich gar nicht prügeln müssen. Fuck, 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 fuck. Hey, ja. Pass auf. Whoa. Your bombs. Almost killed Mike. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? One, I'm gonna go up any second. Oh, jeez. Jesus Christ, Bridger, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridger. One second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. At Fritz's shitter. And I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say it? No, you can't. What the fucking hell was that? I've occasioned your teasing problems. Teasing problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze. A speck of rain. Or a tiny teeny bird. Burst on that wing. Would have done more damage. Klasse. Jetzt können wir auch noch so einen richtig schönen... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh mein Gott. Oh, oh Wie wurde ich denn jetzt nicht getroffen? Ist hier oben nicht so eine scheiß Flagge? Habe ich doch da irgendwas gesehen? Yeah Was für ein Song Wow Und ich treffe die nicht einmal Sehr schön Nice Muss so ein bisschen vorausziehen Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Nett Jesus Christ, Bridget, das war unglaublich Dankeschön, ja, du bist willkommen Du bist ein verdammt Ich? Du bist derjen, der sich selbst schockt voll von Hull, nicht wahr? Ja, wegen dir, du tisch Listen, ich war schon ziemlich in prison, mate Ich war nicht befreundet, ich war nicht befreundet Ich war nicht befreundet, ich war nicht Das ist deine schockt Listen zu mir Du hast das schockt Du hast das schockt Du willst, wenn du es schockt auf deine Seite Dann musst du dich schockt auf dich Du verstehst du? Halt! Wie seid ihr? Verfluchte Scheiße! Sie müssen das nächste Mal machen. Wie Sie alle die Banken gemacht haben. Ja. Ja. Ich werde es nicht verletzen. Bist du alles gut? Ja, natürlich bin ich. Hör. Geh das. Das geht mit allem. Okay. Ich werde es nach unten und fertig sein. Ich werde dir ein paar Hilfe. Ich stehe dich an. Ja, mach den Job und wir sehen uns. Ich werde einen kleinen Kipp haben. Und den Scheiß. Nicht stehen da an mich. Geh. Geh. Der wird wahrscheinlich verbluten. Auf mein eigenes. Ein freer Platz, um zu gehen. Du musst nicht alle die Suppe bekommen hier. Du kannst, was unsere Mason braucht. Das ist so cool gemacht. Hey, sogar eine nette Zahnung haben wir. Dann. Löschen wir die Maus. Auf geht's. Bei euch. 書 ∫ Ich würde mich,栽